So, dann starte ich einfach mal... Äh... Huh? Ach, meine Maus. Okay. So, wie könnt ihr joinen? Keine Ahnung. Woops. Äh... Sacred Citadel. Guck mal. Was? Was? 1600 bis 900. Was? Auflösung. Keine Ahnung, ich hab's eh im Fenster. 1280. Also, 720p. Ich spiele grundsätzlich immer im Fenster. Ja, hab ich jetzt auch im Fenster. Musikfleiße gemacht. Sonst vielleicht einladen? Geräusche? Wähle ein... Achso, Moment! Ich muss erstmal einen Charakter wählen. Äh... So, jetzt hab ich auch Musik an. Oh, wird gespielt. Scheiße. Also... Ich zähl euch mal die Klassen auf. Krieger, Jäger, Magieren und Schamane. Was wollt ihr haben? Dann... Oh... Ich... Würde... Also Krieger ist klassisch, Nahkampf. Jäger ist Fernkampf. Magier ist Magier halt und Schamane ist... Wahrscheinlich so Healer-Buff-Typ. Dann würde ich den Jäger nehmen. Okay. Okay, dann nehme ich den Krieger. Ganz klassisch. Was müssen wir machen? Online-Spiel und dann beitreten oder was? Ne, ich kann euch einladen jetzt. Ich musste nur den Charakter erst auswählen. Wie ist sie zum Spielen eigentlich gegangen? Ich muss sie ins Taunt noch ein bisschen leiser stellen. Jetzt ist sie zum Ball... Was kostet neuer Bundle? Spielen wir gegeneinander oder spielen wir miteinander? Das Bundle kostet... Fünf... Dollar. Ihr glaubst miteinander. Wir spielen miteinander, natürlich. Was ist alles drin in dem Bundle? Dead Island 1. Ne, ich hab den Push-Klausel. Für fünf Dollar. Will Micha den Supporter spielen? Risen eins und zwei. Ah, die Carry und Supporter. Sacred. Und... Was ist da noch? Saints Row 3 ist da noch drin. Ja, seid ihr ready? Ähm... Der Krieger sieht ein bisschen Krüppel aus. Guck mal die Brust von dem an. Er hat die Arme nach oben. Ja, aber... Niemals sieht das so klein aus. Micha muss noch A drücken, glaub ich. Oder Ente oder was das ist. Hm. Achso. Jetzt. Wir sind eh Schamane-Kuh-Krieger. Habt ihr euch die Steuerung überhaupt angeschaut? Nö. Wie funktioniert das denn? Also WASD. Mhm. Und ich glaub die Pfeiltasten sind angreifend und so. Was? Ohne Maus. Ohne Maus. Ja genau. Ihr spielt ohne Maus. Ich hab das hier mit Controller deswegen... Du Arsch. Ich hab ein Controller. Du kannst deinen Xbox-Controller anschließen, wenn du verkabelt hast. Ja. Leider nicht. Deswegen. Lass uns vor uns vorgehen. Ich hab kein Bock. Denn ich bin Ghetto. Ja. Die königliche Familie plante die Zerstörung der Zitadelle, wo die Seraphim ihre Waffen gegen ein Leben für den Glauben eingetrauscht hat. Die Seraphim. Die das dann so aus wie Dingens oder was die äh... Das ist dann so 2D, so wie euer komisches Rouge Legacy oder... Ja genau. Genau. Ja. Das ist so... Einfach nur so ein Klopp-Spiel. Das ist so wie Shoot-Money-Blow-Words hier das dann quasi aus. Ja genau. Genau so. Kann man das wegklicken oder so? Weil irgendwie ist es überhaupt nicht spannend. Ich hab's mir nicht mehr zugehört. Ich weiß überhaupt nicht, worüber es geht. Ja. Wir müssen sozusagen gucken. Liebe Zuschauer. Ja. Verärgern nicht deine Fans, Mike. Junge, der einzige Fan ist deine Mutti. Und auf den kann ich... Der weiß nicht mal wie dein Name geschrieben wird. Ja das... Ich war echt enttäuscht von ihm. Ich dachte wenigstens ein Treuer-Fan und dann... Ja. Er hat sich ja noch kurz verbessert. Er hat sich verbessert aber trotzdem. Er muss seine Quellen checken bevor er was schreibt. Ja die... In der Beschreibung stehen die. In jedem Spiel. Ich bin wirklich nicht nur einmal oder so. Alle zehn Jahre drin. Es lebt. Der Saffiri-Krieger ist sehr intelligent. Ey das sieht geil aus. Ich finde die Grafik auch cool. Ich habe schon mal gesehen. Kräftiger Kunde. Schlanker Kunde. Oh mein Gott. Oh die Stadt wird angegriffen. Zu den Hügeln. Lauft um euer Leben. So. Jetzt. Ich habe zwei Schwerte. Ich dachte ich bin Fankern. Da. Oh. Auf dem Zell da bin ich pink. Pink. Pretty in pink. Habt ihr die Steuerung? Ja. Mit, mit Umschalt könnt ihr noch. Mit Umschalt könnt ihr hier so Dingsen. Ah. Kann ich da nach oben springen oder? Ah. Ja. Es ist. Hast du aus. Ah. Ja. So eine Rolle. Au. Und es gibt noch irgendeine Attacke. Diese Balken da, wenn die voll sind, ist das eine super Attacke. Es gibt noch so eine zwei Attacken? Und Skills glaube ich noch. Skills kommen gleich auch noch. Boah. Das sieht krass aus, ey. Ah. Das wäre doch Kombo. Ja. Ihr könnt die aneinanderreihen so ein bisschen. Oder aufladen, glaube ich auch, oder? Könnt ihr nicht erst dann links aus den Shatterangriffen machen und dann nach oben drücke? Dann macht er bei mir sowas hier. Guck. Hier wird das Gold. Ey. Wie bin ich drunter? Was hast du für ein Fass auf dem Rücken? Ja. Das wüsstest du Gerrit. Die Charmane. Ich bin hier Dingerns von der Rücken. Wow, wow, wow. Aber wir sind in jedem Spiel Orcs. Achso, Gara? Genau. Immerhin Schnaps vorbei. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ja, guck auf wie schnell ich schießen kann, ey. So schnell greift er gar nicht nach dem Seil. Kommt her. Ein bisschen wieder weiter. Oh, Tata. Immer nach rechts, man kann sich nicht verlaufen. Für ein weiblicher Troll. Und der ist größer als die männlichen Trolle, also das ist mir zu denken. Da ist deine Mutti. Ich sehe so nach Sauer. Ich sehe so nach Sauer. Na, wo sich Joey ein Christmas verkauft? Rückstossen freigeschaltet. X und Y dann werden nicht geflogen. Das ist Rückstoß. Okay, das ist ja eigentlich ein technisches Haus. Hey, wie bist du denn gekommen? Ach, mit C bei mir. Neue Stufe. Ah, ich kann andere Verteilung, Geschicklichkeit, Kraft. Ja, Moment, ich kann mein Inventar hier dingsen. Was macht man denn hoch? Geschicklichkeit wahrscheinlich, oder? Ach, C. Neue Stufe R. Annehmen. Was ist denn mit den Waffen? Hab ich keine weiteren Waffen? Nein, man nicht. Kristalle? Du gehst keine Kristalle. Ja, okay. Dann geht's weiter. Hey, das ist ein Axt, Moment. Ich hab' nur die Waffen eingesammelt, wo sind die? Auf Drehgeneration. Ich hab' nur den physischen Schaden von Leitkampfwaffen. Was so? Oh mein Gott. Was dann? Auch den physischen, Micha. Den physischen. Oder den physischen. Physischen. Vier sich. Vier sich. Ah, du kannst hier hochkommen. Was ist das denn? Das sind Kristalle. Gibt's jetzt keine Kristalle, okay. Gibt's noch was, was man hier machen kann? Irgendwie außer das ist ein... Seht ihr die Waffe, die hier liegt? Oh lol, was war das denn? Ich glaube, ich hab grad meine Ulti gemacht. Deine Ulti? Ich bin schon Level 6. Ja. Ey, kann man die Kisten hier kaputt machen? Ja. Ja, kannst du. Boah, alles meins. Pistisch. 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 Da fliegen sogar Fleischbräckchen rum. Äh... Leh... Sperma. Sperma? Ja, fliegt. Geht, David. Oh, krass. Hey, guck mal, die Falle soll ihm sogar stecken. Boah, wir müssen chillen, ey. Pistisch. 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 Oh, krass. Hey, guck mal, die Falle soll ihm sogar stecken. Oh, wir müssen chillen, ey. Pistisch. 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 Oh, was ist das denn? Will das aufnehmen? Gib mir. Das ist meine... Oh. Mein Gott, oh, da war's chillen. Ach. Ach, Michael hat so'n... so'n... 5 zu 5, das sieht aber mega scheiße aus. Das ist gleich genauso gut. Okay, der nimmt eins wieder. Für den Style. Hey, ich seh' ich. Ihr seht nix. Hör doch mal auf. Ich... 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 Ja, jetzt hab' ich keine Waffe mehr hier. Was ist das? Oh, da gehst du. Mein Gold. Judengold. In der Luft kann man sogar. Oh, lol, ich hab grad so'n mega... pfuh pfuh. Da muss sich David jetzt angesprochen fühlen. Gold. Oh, krass. Ja. Ein paar Silbermünchen, um Jesus zu... verraten. Goldmünchen, bitte. So'n Silbermünchen. Um Eis essen zu gehen. Ja. Da sind Maiskolben oder so. Ja, ich hab volles Leben. Ja. Das ist ja auch schon noch. Hallo, ihr... Hallo. Oh! Freunde! Bah! Ich dachte, da sind die Kids. Lass sie uns verprügeln. Oh. Holy shit. Ist das Gift? Lava? Ja, hier, Son ist auch schon Gold 3. Ja? Ja. Der ist in der gleichen Division wie Vin. Das war noch nie mal du, oder was? Pff, das weiß ich nicht. Hier. Halt. Halt. Nimm den Kopf! Neue Stufe. So'n... Neue Stufe. Ich denk mal Geschädlichkeit ist das, was ich haben muss. Hoffe ich mal einfach. Geschädlichkeit ist Critchung. Ja, da denk ich mal. Als Jäger brauchen wir immer Critch. Und physische Schaden von Fernkampffangriffen, ja. Ich geh mal auf Damage. Wo steht denn das? Unten. Du scrollst so durch der Text. Ich kann gar nicht nachgucken, oder was? Unten. Ja, nicht mehr. Ich bin kein Level aufgestiegen. Jetzt kann ich nicht mehr in diesen Modus rein. Ach so, ja. Ja, wie... Mit rechts... Nach rechts, oder was? Mach man das? Ja. Oh mein Gott. Ja, hast du direkt vom Boss... rausgehauen. Ja, wir sind ja tot. Alles in Ordnung hat das Weg... Wir müssen verliegen, dann zum Spaß hier unten. Ey, die trampeln uns nieder. Doch nicht. Wow. Ja, warum nicht? Das war ein Fehler uns leben zu lassen. Der blaue Balken, oder welcher ist der... Der gelbe, der gelbe. Der... Gelbe ist dein aktueller Stand. Und blau ist... besser betten soll, Micha. Ja, ja. Ja, ich bin sick. Sick dich, Alter. Pink-Verteil, weil... Host und so. Ja, ja, der... Ja, stimmt. Ja, aber wir haben eigentlich... Micha und ich haben beste Konstellation hier. Jäger, Fan-Kämpfer und Supporter. Also, AD Carry. Ich bin... Top-Laner. Du hast einen Top-Laner? Du bist Trunk-Laner. Hm. Ne, er ist Garen. Olaf. 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 Ich will zwei extra haben. Man sieht einfach nichts. Ohne Witz. Sollen hier drei Leute auf einmal stehen? Das krasses Gewusel. Ich kämpfe immer weg. Damit ihr mehr kaufen müsst. Für deinen wahrer Subcat. Autsch. Wie nicht. Autsch. Autsch. Yo. Yo. Von einer Seite zur anderen. Hier ist der Sprung. Ich habe heute Angst. Ach, es geht nach unten. Ja. Hallo. Kann man sehen. Nein, die Kiste. Ja. Wo ist da eine Kiste? Die war leer. Hier hinten gibt es doch was. Ja, da ist eine Kiste. Hey, die kann man nicht kaputt machen. Autsch. das war meine Welt bisschen unspektakulär das war meine Welt die Busses der blaue beiden um das EP oder was am Ende wird er aber bin ich und der gelbe also musst du ein gelbe Beispiele zu machen ja du kannst doch nur maximal einen haben bis jetzt ist glaube ich gecappt ja deswegen kannst du es auch gleich wieder raushauen mal schauen welcher Buss gleich kommt er ist einfach abgehauen ist halt der Scheiß die halten aber auch viel aus ja nicht 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 Ich finde das Geräusch vom Bogenschützen cool. Ich kann mir beide gleichzeitig mit dir ausreichen. Drüberspringen. Oh, ok stimmt. Oh, sprengt! Springt! Oh, es kam nur einer. Oh! Loil. You got totally owned. Ein Old Titan. So eine Soraka. Du kannst es glaube ich auch skillen bald, oder? Oh! 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 Das macht aber echt Spaß, muss ich sagen. In Koop ist alles cool. Ja, den Niederlegssperren ausweichen, bitte. Ich muss ja nur Charakter aufbessern hier in der Nahestufe. Die wahrscheinlich mit kritischen Treffern und den physischen Fernkampfwaffen. Dann brauche ich ja nur geschehen Kraft. Das ist nur ein Angriff mit den physischen Schaden von Nahkampfwaffen. Ja, dann brauche ich ja nur geschehen Kraft.